Das ist eine schöne Landschaft. Schönere Landschaften können aus ihrer Schönheit eher Profit schlagen, als weniger schön. Diese schöne Landschaft hat es rechtzeitig erkannt und einen Wohlstand errochen. Der Text hat im Original 92 eigentlich voll beschriebene, im Fließtext beschriebene Seiten. Aus diesen 92 Seiten wurden 92 Minuten auf der Bühne. An gar nichts kann man mich in meiner moralischen Autorität hindern. Es ist alles gesagt und ich sage es Ihnen auch gerne noch einmal, ich, die für Ihren Jetson bekannte Frau, der alle ausweichen, notfalls im Stempfung. Mich interessiert an der Form der Texte von Elfriede Jelinek vor allem die assoziative Qualität, die Schnelligkeit, die Rhythmuswechsel, das Tempo, die hohe Bildrate, sage ich jetzt mal, die in ihren Texten da liegt, bei der es auch eigentlich egal wird, was man alles versteht und was man nicht versteht, weil sich Rhythmus, Bilder, Poesie so stark abwechseln, dass man im Sekundentempo eigentlich darauf zugreifen kann. Also ich kann mich als Regisseur, ich kann mich auch als, glaube ich, Zuschauer dazu entscheiden, mit welcher Fährte ich mitlaufe, welche ich auch fallen lasse und es wird am Schluss immer ein Bild rauskommen. Wenn man die Hand auf einen Oberschenkel legt, dazu gehören zwei. Wenn man jemanden an den To fasst, dazu gehören zwei. Wo soll ich jetzt einen zweiten hernehmen? Nun soll endlich Gras drüber wachsen. Eine saudumme Männergeschichte war es mit einem unguten, professionellen Weizstück und einem Niagarafall von Alkohol. Musik